Guten Abend, ganz herzlich willkommen in der Baumusterzentrale zur Vernissage unserer Ausstellung Bauhaus 100 Schweizer Aspekte. Dass diese Ausstellung hier bei uns gezeigt wird, das ist kein Zufall, wenn man so will, denn wenn man das anschaut, die Baumusterzentrale ist irgendwo durch eben auch ein Schweizer Aspekt des Bauhauses. Die Baumusterzentrale wurde 1935 als Genossenschaft gegründet. Man sieht hier eine Grafik aus den Beginn, aus den Gründerzeiten der Baumusterzentrale 1935, das war zwei Jahre nachdem das Bauhaus geschlossen wurde. Und man sieht an der Grafik, da hat der Wind der Moderne geweht. An der Talstrasse 9 war das noch die Adresse, dort wo heute noch der Wohnbedarf auch ist. Auch die Leute, die dahinter standen, hinter der Baumusterzentrale, also der BSA, der Bundschweizer Architekten, aber auch bekannte Namen wie Otto Salvisberg, der Vorsteher des Architekturdepartements von der ETH Zürich. Oder hier unten Siegfried Gideon, der bekannte Architekturtheoretiker mit ganz engen Kontakten auch zum Bauhaus. Das hat sich auch weiterentwickelt, diese Verwandtschaft zum Bauhaus. Man sieht hier Aufnahmen von 1960. Das ist eine Tapetenausstellung, die zusammen mit Max Bill gemacht wurde. Hier sieht man Max Bill noch an der Eröffnung von dieser Tapetenausstellung. In diesem Sinne freut es uns natürlich sehr, dass wir wieder anknüpfen können an unsere Ursprünge. 100 Jahre nach dem Beginn, nach der Gründung des Bauhauses können wir diese Ausstellung eröffnen. Wir haben dazu drei Referenten eingeladen. Als erstes dürfen wir Frau Monika Markgraf begrüssen. Sie ist stellvertretende Leiterin der Stiftung Bauhaus Dessau. Mehr oder weniger, Sie können es dann noch genau sagen. Sie kümmert sich in ihrer Arbeit, sie ist Architektin, sie kümmert sich in ihrer Arbeit um den Erhalt und die Restaurierung auch dieser ganzen Bauhausbauten und sie leitet auch das Bauteilarchiv des Bauhauses und von dort kommen all die schönen Bauteile aus den Langlaubenganghäusern, die auf der anderen Seite eben in der Ausstellung ausgestellt sind. Dann als zweiten Referenten begrüssen wir Andreas Buss. Sie sind da hinten auf dem Sofa, unsere drei Referenten. Andreas Buss ist auch Architekt. Er ist eine ganz zentrale Figur dieser Ausstellung, denn er hat uns Anfang Jahr kontaktiert mit der Idee, diese Ausstellung bei uns zu machen und das hat sich dann jetzt weiterentwickelt bis zum heutigen Abend. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Kassel und dort forscht er eben sehr intensiv, hat sich auseinandersetzt mit den Laubenganghäusern von Hannes Mayer. Das wird auch der Inhalt seines Vortrages sein. Hannes Mayer, wie Sie wissen, zweiter Bauhausdirektor. Er war ein Schweizer, genauso wie auch eben Hans Fischli, der Bauhausschüler, ein Schweizer war. Und zu Hans Fischli wird uns dann als dritter Referent Ruggiero Tropeano sprechen. Ruggiero ist eine Koryphäe, wenn es um die Moderne geht. Er hat wahnsinnig viel Erfahrung, auch in der Restaurierung von Gebäuden aus der Moderne und ganz herzlichen Dank, dass auch du heute Abend zu uns gekommen bist. An dieser Stelle darf ich mich noch bedanken bei all den Unterstützern dieses Abends. Ich gehe in alphabetischer Reihenfolge kurz durch. Das waren zum Beispiel die Firma Embroop, die diese schönen klassischen Möbel herstellen, zum Beispiel die zwei Sessel von Werner Max Moser, die da vorne stehen. Dann haben wir die Firma FSB. Die Firma FSB stellt seit vielen Jahren Türdrücker, die von bekannten Architekten bezeichnet wurden. Sie haben heute in unserer Bauhaus-Lounge zeigen Sie da drei Türdrücker von einerseits Mies van der Rohe, Marcel Breuer und den dritten, der ist noch von, jetzt muss ich kurz spicken, Wilhelm Wagenfeld, genau. Das ist der dritte Türdrücker, die stehen da vorne. Ganz herzlichen Dank an die Firma FSB. Dann die Holzim, die Holzim natürlich Beton, vielleicht der Baustoff schlechthin der Moderne sind sie gross geworden damit. Ganz herzlichen Dank an die Firma Holzim. Teleform, Sie vertreiben die Klassikermöbel von Tonnet. Auch von Tonnet haben wir ein paar Möbelstücke hier. Den schönen Freischwinger von Marcel Breuer, wo meine Freundin drauf sitzt. Ganz herzlichen Dank an die Firma Tonnet. Dann haben wir noch Waldhauser Hermann Haustechnik. Da fragen Sie sich vielleicht, weshalb die das sponsern. Sie werden das sehen heute Abend. Es geht eben bei diesen Laubenganghäusern auch ganz stark um das Thema Haustechnik, das dazumals etwas ganz Neues war. Das wird dann Teil vom Vortrag von Andreas Bus sein. Ich möchte mich zudem bedanken bei den Freunden Baumuster. Das ist der Trägerverein, bei dem, wenn Sie noch nicht Mitglied sind, Sie herzlich eingeladen sind, Mitglied zu werden, denn mit Ihrem Mitgliederbeitrag unterstützen Sie solche Art von Anlässen und Ausstellungen. Allerletzter Dank geht an die Stiftung Bauhaus Bessau und das führt mich gleich weiter an unsere erste Referentin, Monika Markgraf. Kommen Sie doch auf die Bühne. Ganz herzlich willkommen. Ja, die Stiftung Bauhaus Bessau, Frau Markgraf, hat uns wirklich tagkräftig unterstützt, auch bei der Organisation der Logistik von Transport dieser Bauteile hierher. Das war durchaus ziemlich kompliziert. Also, und somit, das war dann Sie, ganz herzlichen Dank und schönen Abend miteinander. Ja, vielen Dank für die nette Einführung und vielen Dank auch für die Einladung, hier daran teilzunehmen. Es freut mich besonders, diese kleine Ausstellung mit zu eröffnen, die eben Objekte aus dem Bauforschungsarchiv zeigt, aus den Laubenganghäusern und das will ich auch so ein bisschen in den Mittelpunkt meines Vortrags stellen. Das Ganze hat ja auch so ein bisschen den Rahmen 100 Jahre Bauhaus. Also, bevor ich damit anfange, ich wollte noch sagen, ich bin stellvertretende Leiterin der Bauabteilung in der Stiftung Bauhaus Dessau und eben Leiterin von diesem Archiv, aber nicht die Vertreterin von unserer Direktorin. Gut, also das Ganze hat ja so ein bisschen den Rahmen auch 100 Jahre Bauhaus, 1919 bis 2019 und das Jahr neigt sich dem Ende zu. Ich nehme mal an, dass Sie jetzt über allgemeine Informationen über das Bauhaus, dass Sie damit ganz gut versorgt sind und würde das deshalb ganz knapp halten. Aber eine ganz kleine Einführung in was ist eigentlich, was war eigentlich noch mal Bauhaus, würde ich doch gern an den Anfang stellen und gegründet ja 1919 in Weimar und Walter Gropius legte zwei Schulen zusammen, eine Kunstschule und eine Kunstgewerbeschule und daraus entstand das staatliche Bauhaus Weimar. Und diese Zusammenlegung, die zeigt auch ein bisschen das Programm vom Bauhaus. Es ging nämlich darum, gestalterische und technische handwerkliche Aspekte bei der Herstellung von Produkten miteinander zu verbinden und zwar am Bau. Das Ziel bildnerischen Gestaltens ist der Bau, hat Walter Gropius formuliert und das auch dann dargestellt in diesem kleinen Diagramm Aufbau und Idee des staatlichen Bauhauses. Man sieht, der Bau steht im Zentrum des Ganzen und das, obwohl eine eigentliche Bauabteilung erst 1927 dann mit Hannes Mayer gegründet wurde, aber trotzdem zielte die Ausbildung am Bauhaus darauf hin. Und das Herz der Ausbildung fand in den Werkstätten statt und die Werkstätten wurden geleitet, jeweils von einem Werkmeister und einem Formmeister. Auch das zeigt schon wieder diese Intention, die gestalterischen und die handwerklichen oder technischen Aspekte zusammenzubringen. Das ist ein Blick in die Metallwerkstatt 1923, der Formmeister Laszlo Morolinoj und der Werkmeister Christian Dell, der davon abgesehen ja auch selber begnadeter Leuchtenentwerfer war, in dem Fall aber dann in der Funktion als Werkmeister in der Metallwerkstatt. Ja, 1923 auch die große Bauhausausstellung in Weimar, die stand so unter dem Motto Kunst und Technik eine neue Einheit. Von Walter Gropius geprägt dieses Motto und ja, das ist eben auch wieder dieser Gedanke, diese Aspekte zusammenzubringen. Das Bauhaus in Weimar musste schließen oder wurde geschlossen und das war aufgrund von politischen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten und man hat einen neuen Standort gesucht. Da gab es mehrere Orte, die das Bauhaus gerne bei sich aufgenommen hätten. Das Rennen machte Dessau und zwar deshalb, weil die Bedingungen in Dessau einfach die besten waren. Was nämlich möglich war, es konnte die Schule als Neubau entstehen, es konnten auch die Meisterhäuser als Neubauten entstehen und der erste Abschnitt in der Siedlung Dessau törten. Das heißt, das Bauhaus konnte endlich richtig bauen und damit konnten in Dessau dann diese Bauten als gebaute Manifeste der Bauhausideen entstehen. In Dessau waren auch alle drei Bauhausdirektoren aktiv. Der Gründer Walter Gropius verließ ja das Bauhaus 1928, sein Nachfolger dann, der Schweizer Hannes Mayer, der wichtige Impulse für die Reform des Bauhauses gegeben hat und dann aber 1930 aufgrund seiner politischen Aktivitäten hinausgeworfen wurde. Sein Nachfolger dann, Mies van der Rohe, 1930. Und Mies van der Rohe versuchte so einen unpolitischen Kurs, konnte aber damit auch nicht verhindern, dass 1932 das Bauhaus in Dessau dann geschlossen wurde, aufgrund von Druck durch die Nationalsozialistische Partei, die einen entsprechenden Stadtratsbeschluss dann herbeiführte. Mies hat dann in Berlin die Schule noch weitergeführt als privates Institut dort und auch da sind die Arbeitsbedingungen aufgrund von Aktivitäten seitens der Nationalsozialisten so schwierig geworden, dass das Institut dann dort auch geschlossen wurde und zwar im Frühjahr 1933. Also eine relativ kurze Spanne, in der das Bauhaus aktiv war und trotzdem hat es ja eine weltweite Strahlkraft entwickelt und das hat viele Gründe, denen wir jetzt im Einzelnen gar nicht nachspüren können, das würde die 20 Minuten sprengen. Aber eine Sache ist, es ging natürlich nicht nur um die Gestaltung von Objekten in den Werkstätten oder um die Gestaltung von Architektur, sondern es ging um die Gestaltung des Lebens eigentlich. Und das hat man auch an der Schule angefangen zu leben. Es war auch eine Lebensgemeinschaft, in der auch neue Formen des Zusammenlebens, des Miteinanderagierens ausprobiert wurden. Und da war die Arbeit in den Werkstätten, aber auch die Aktivitäten auf der Bühne, da waren die kreativen Aktivitäten Einzelner, da war das gemeinsame Feiern und dann auch das, wo jeder Einzelne dann seine Arbeit eingetaucht ist. Also das Bauhaus war schon ein sehr vielfältiger Ort, der dann das eben auch erreichen konnte, dass von dort aus Impulse ausgegangen sind, die das Denken und Handeln in Kunst und Architektur ganz wesentlich mit verändert haben. Ja, ein anderer Aspekt ist sicher, dass die Schließung des Bauhauses und die Zeit des Nationalsozialismus dann auch dazu führte, dass viele Bauhäusler in andere Länder gegangen sind und ohnehin waren ja schon viele Studierende aus unterschiedlichen Ländern da, die dann auch in ihre Heimatländer zurückgegangen sind. Auch das sind Dinge, die zur Verbreitung dieser Ideen dann beigetragen haben. Ich möchte jetzt doch wieder auf Dessau zu sprechen kommen. In Dessau erlebte das Bauhaus eine sehr aktive, sehr produktive Phase und in dieser produktiven Phase sind zunächst mal in den Werkstätten Dinge entstanden, die dann auch in der Industrie dann serienmäßig hergestellt wurden. Das war das Ziel, mit dem man in Dessau gearbeitet hat, in den Werkstätten Prototypen entwickeln und Partner in der Industrie finden für die serienmäßige Produktion. Und ein Beispiel sind die Kandem-Leuchten, die in der Metallwerkstatt entworfen wurden und von der Leipziger Firma Götting und Mathisen dann serienmäßig sehr erfolgreich hergestellt wurden. Ein anderes Erfolgsbeispiel wurde in der Einführung schon kurz angesprochen. Die Bauhaustapete geht ja auch auf Entwürfe aus dem Bauhaus zurück, wurde dann von der hannoverischen Tapetenfabrik Raasch produziert und an dem Erfolg waren wesentlich auch zwei Schweizer beteiligt. Einmal war das die Zeit, als Hannes Mayer Direktor war und an diesen Entwürfen war eben auch Hans Fischli beteiligt und da wird uns sicher Herr Truppiano dann noch genauer was dazu berichten. Sehr produktiv war die Dessauer Zeit eben auch im Hinblick auf die Architektur. Es wurde sehr viel gebaut und das ist jetzt nur ein Ausschnitt. Weil das jetzt nicht mein Schwerpunkt ist, habe ich jetzt nur eine kleine Auswahl von den Dessauer Bauten Ihnen hier vorgestellt. Das einmal das Bauhausgebäude und die Meisterhäuser, sicher den meisten bekannt. Dann die Siedlung der Sautörten mit dem Konsumgebäude im Mittelpunkt und ein Backsteinbau, eins der Laubenganghäuser, der zweite Bauabschnitt der Siedlung der Sautörten, aus dem hier diese Objekte stammen und was uns Andreas Buß vorstellen wird. Und dann gibt es eine ganze Reihe von auch herausragenden Einzelgebäuden, wie zum Beispiel dem Stahlhaus, dem Kornhaus oder dem Historischen Arbeitsamt. Jedes einzelne dieser Objekte wäre einen ganzen Vortrag wert, aber ich lasse das jetzt mal so stehen, dass Sie einfach mitnehmen. Da gibt es eine ganze Fülle auch zu entdecken. Ja und neuerdings gibt es noch ein weiteres besonderes Gebäude, das Bauhausmuseum, was in Dessau ja im September eröffnet worden ist und die Sammlung der Stiftung Bauhaus Dessau beherbergt die Bauhaussammlung. Und ja, die Stiftung Bauhaus Dessau ist eine Stiftung, die der, also nicht nur diese besondere Sammlung an Bauhausobjekten gehört, sondern eben auch einige von den Bauhausbauten. Da ist das Bauhausgebäude selber, auch die Meisterhäuser, auch das Stahlhaus gehören zur Stiftung Bauhaus Dessau und weitere Bauhausbauten, unter anderem auch eine Musterwohnung in den Laumganghäusern werden genutzt von der Stiftung Bauhaus. Und zwar für ihre Aufgaben, die sie hat und diese Aufgaben betreffen das historische Bauhauserbe, dieses zu pflegen, dieses zu erforschen, dieses der Öffentlichkeit zu vermitteln und vor diesem historischen Hintergrund sich auch mit Fragen der Gestaltung in heutiger Zeit auseinanderzusetzen. Und zu diesen Aufgaben, die die Stiftung Bauhaus Dessau hat, gehören eben auch die historischen Bauten zu pflegen, also dazu vielleicht lieber nochmal das historische Gebäude, also die zu pflegen und instand zu halten, das gehört zu den Aufgaben, aber auch sie zu erforschen. Und da ist eben ein Aspekt dieses Bauforschungsarchiv, was seit 1998 bei der Stiftung besteht. Und das ist ein Archiv, in dem Bauteile, Baumaterialien der Bauhausbauten gesammelt werden. Vergleichend manchmal auch Objekte aus anderen Bauten der Moderne. Und das sind Objekte, die manchmal bei Baumaßnahmen eben nicht in situ erhalten werden können und dann einen Platz im Archiv finden. Was wir damit machen, dass wir dieses Archiv betreiben, ist ein Blick hinter die Fassaden. Die Fassaden der ikonischen, weiß verputzten Gebäude, hier links ein Blick auf eines der Meisterhäuser, haben ja irgendwie auch sowas zeitlos Modernes, also etwas Zeitloses. Und man versteht manchmal gar nicht ganz genau, was eigentlich auch das Besondere im Hinblick auf die Konstruktion und im Hinblick darauf, dass diese Bauten ja auch fast 100 Jahre alt sind, was dann das Besondere ist. Und da hilft manchmal ein Blick hinter die Fassaden. Rechts sind sie das eine Meisterhaus während des Baus. Und da sieht man schon, da ist so eine besondere Bauweise eingesetzt worden. Und das ist die Jurko Bauweise, Jurko Mauerwerk. Und das sind Schlackenbetonsteine, eigentlich eher Platten, 50 Zentimeter mal 30 und dann so 10 Zentimeter dick ungefähr. Also so größere Steine, was natürlich das Bauen beschleunigt und damit auch preiswerter macht. Und außerdem in den Jurko Prospekten werden noch viele, viele weitere Vorteile dieser Bauweise angepriesen. Jedenfalls so ein Dokument dafür, dass man sich eben auch mit modernen Bauweisen bei den Bauhausbauten auseinandergesetzt hat. Ein anderes Beispiel ist das Dämmmaterial Torfolium. Das besteht aus Torf, das ist gepresst und imprägniert und wird als Dämmung auf Dächern oder auch Fußböden von den Bauhausbauten eingesetzt. Und das zeigt eben, dass man sich auch zunehmend mit solchen Dingen wie Wärmedämmung auseinandergesetzt hat. Einerseits, weil die Architektur der Moderne mit großen Glasflächen und immer mehr minimierten Konstruktionsweisen dann das auch erforderte. Andererseits natürlich auch, weil die Komfortbedürfnisse gestiegen waren. Das ist ein anderes Beispiel, ein Fußbodenbelag, den sieht man zwar, wenn man durch das Gebäude geht, aber man versteht ihn nicht. Weil man würde auf den ersten Blick natürlich denken, dass es sich um Linoleum handelt als Fußbodenbelag. Das ist aber nicht der Fall. In dem Bauhausgebäude und Meisterhäusern wurde Triolin, Fußbodenbelag, eingesetzt und das ist ein Kunststoffbelag, entstanden auf Basis von Nitrocellulose mit Füllstoffen und so weiter. Und bei genauerer Betrachtung unterscheidet er sich eben sehr wohl von Linoleum. Es hat eine andere Farbpalette, das Material ist dünner, es hat einen anderen Glanzgrad und es altert anders. Also sind dann doch viele Unterschiede, die ja für den Raumeindruck dann auch wichtig sind, vorhanden. Das ist ein industriell hergestelltes Produkt aus den 1920er Jahren. Es konnte sich auf dem Markt nicht durchsetzen und wurde schon in den 1930er Jahren wieder eingestellt, diese industrielle Produktion. Und das ist eben auch ein Problem ja von Bauten der Moderne, wo so industriell hergestellte Materialien eingesetzt worden sind, sind sie eben auch bei Reparatur oder Austauschbedarf eigentlich gar nicht zu ersetzen. Anders als eine Eichenholzdiele, die kann man austauschen, aber so einen Triolin-Fußboden, den kann man eben nicht austauschen. Ja, auch das ist ein Grund, weshalb wir Reste, die wir bei, also aus den Bauhausbauten, aber auch aus anderen Bauten der Moderne in unserem Archiv sammeln und es dann bei Bedarf für Reparaturen auch noch einsetzen können. So ist es geschehen jetzt bei der letzten Reparatur am Kandinsky-Kleehaus. Auch beim Bauhausgebäude lohnt es sich mal genauer hinter die Fassaden zu schauen oder eigentlich lohnt es sich auch schon mal ein bisschen genauer auf die Fassade zu schauen. Denn auch diese Architektur, die ist ja ganz wesentlich mit der Materialität verbunden und Walter Gropius war sich dessen auch sehr bewusst, da gibt es so ein schönes Zitat, wo er so sagt, diese neuen Baumaterialien, Eisen, Beton, Glas, haben es infolge ihrer Festigkeit und molekularen Dichtigkeit erst ermöglicht, unter größter Ersparnis an Konstruktionsmasse weitgespannte, lichtdurchflutete Räume und Gebäude zu erbauen. Und dann damit eben auch ganz neues Raumerlebnis, ganz neues Raumerfinden zu ermöglichen. Insofern spielen diese Materialien beim Bauhausgebäude eine ganz große Rolle. Und da nehme ich mal beispielhaft ein Material und betrachte es mit Ihnen zusammen etwas genauer, und zwar das Material Glas. Da muss ich jetzt gleich noch ein kleines Zitat hinterher schieben, denn Arthur Korn hat so schön beschrieben, was eigentlich das Besondere am Glas ist. Und damit zeigt sich die große Eigenart des Glases allen anderen bisher angewandten Materialien gegenüber. Es ist da und es ist nicht da. Es ist die große, geheimnisvolle Membrane. Und dafür ist das Bauhausgebäude wirklich ein Musterbeispiel und ich hoffe, dass jetzt diese Bilder so ein bisschen davon transportieren können, dass eben diese Eigenschaft des Glases einerseits transparent zu sein und andererseits zu reflektieren, dass das die Architektur maßgeblich prägt. Und dieses historische Foto links, eine Aufnahme von Leine Feininger, zeigt eben, dass man sich sehr wohl eben auch damals schon damit auseinandergesetzt hat. Das Glas, was da eingesetzt wurde an diesen Fassaden am Bauhausgebäude, ist Kristallspiegelglas. Kristallspiegelglas ist ein besonderes Glas, was sich dadurch auszeichnet. Das sieht man rechts auf dieser Abbildung, das ist aus einem Prospekt von dem Verband der Spiegelglasindustrie. Normal ist das Glas in den 20er Jahren immer so ein bisschen wellig gewesen und hat so eine Verzerrung hervorgerufen. Sie sehen das auf dem rechten Bild, das ist so ein Blick in die Weißenhof-Siedlung und das Haus, wo man da drauf schaut, das sieht so ein bisschen wellig aus. Das kommt eben durch das Glas. Das Salzspiegelglas dagegen, das zeigt dann die linke Aufnahme, auch in der Weißenhof-Siedlung, das macht gar keine Verzerrung und gibt wirklich exakt und scharf das wieder. Dieses Kristallspiegelglas ist am Bauhausgebäude leider verloren gegangen. Es gab eben Kriegszerstörung, es gab zerstörende Restaurierung oder Sanierung und es gibt eben dieses Kristallspiegelglas nicht mehr. Umso mehr sind wir froh, im Archiv ein Stück zu haben, was aus Zürich kommt, aus der Hochschule für Gestaltung und dort bei Sanierungsarbeiten angefallen ist und da bin ich Herrn Tropiano sehr dankbar dafür, dass wir dieses Stück jetzt im Archiv haben und es kann bei Sanierungsmaßnahmen am Bauhausgebäude eben als Referenz dafür dienen, wie sah eigentlich das ursprüngliche Kristallspiegelglas aus. Es lohnt sich bei den Glasfassaden auch die Metall-, also die Stahlrahmen etwas genauer anzuschauen. Die sind ursprünglich von der nordischen Eisen- und Drahtindustrie Norddraht hergestellt worden und das führt mich gleich noch dazu, dass im Bauforschungsarchiv bewahren wir die Baumaterialien und Bauteile auf, aber wir sammeln natürlich auch Informationen zu diesen Objekten und hier eben zum Beispiel so einen historischen Prospekt. Wir hatten vorhin schon auch einen vom Jokomauerwerk, also historische Informationen und auch aktuelle Gutachten und Untersuchungen, die helfen dann, diese Materialien auch besser zu verstehen. Aber zurück zu diesem Fenster, wo wir über das Glas schon was gehört haben und dieser Rahmen ist eben ein Stahlrahmen und der hat auch eine besondere Geschichte, denn also das Bauhausgebäude ist ja im Krieg 1945 teilweise auch zerstört worden und auf dem rechten Foto sehen Sie die Vorhangfassade, die, ich habe jetzt das Foto von der Zerstörung nicht mit dabei, die Vorhangfassade war zerstört und sie ist 1976 rekonstruiert worden. Das sehen Sie auf dem rechten Bild, die Eröffnung, nachdem diese Vorhangfassade rekonstruiert worden ist. Es entspricht im Detail und vom Material her nicht dem, was wir heute unter Rekonstruktion verstehen würden, aber es war natürlich ein ganz großer Schritt, dass überhaupt diese gläserne Fassade, dass überhaupt auch diese Raumwahrnehmung, dass das wieder möglich war und das war 1976. Zeitgleich, wo man also ein verlorengegangenes Bauelement, die Vorhangfassade rekonstruiert hat, zum gleichen Zeitpunkt hat man, das zeigt das linke Bild, vorhandene bauzeitliche Fenster aus dem Gebäude entfernt und durch vereinfachte Nachbauten ersetzt. Also das muss man sagen, ist natürlich jetzt auch schon 40 Jahre her, also ziemlich lange schon her und heute würden wir das anders machen. Damals ist es eben so gemacht worden, aber einige von diesen Fenstern haben die Zeiten überdauert, in dem sie als Gartengewächshaus genutzt worden sind. Wenn man genau hinguckt, dann erkennt man schon das historische Fenster da drin. Die Stiftung Bauhaus hat dann diese Fenster wieder ans Bauhaus geholt. Sie sehen, wie aus dem Gewächshaus dann durch Restaurierung, ergänzend von verlorenen Teilen, wieder Fenster entstanden sind und die sind dann auch am Gebäude wieder eingebaut. Diese Geschichte kennt Herr Tropiano auch, der zu der Zeit auch an der Sanierung vom Bauhausgebäude tätig war. Das zeigt, ich finde das wirklich auch eine wichtige Geschichte, das zeigt eben, wie die Wertschätzung innerhalb von 25 Jahren sich um 180 Grad dreht, dass Fenster weggeworfen werden und 25 Jahre später mit großem Aufwand dann wieder ans Gebäude gebracht werden. Einige dieser Fenster befinden sich eben auch im Archiv und stehen da zur Verfügung. Dass dieses Bauforschungsarchiv entstehen konnte, verdanken wir ganz wesentlich auch einem Forschungsprojekt, was bei der Stiftung Bauhaus von 1998 bis 2001 gelaufen ist. Und da ging es um die Erforschung der Bauhausbauten und der Andreas Schwarting, der das bearbeitet hat, ist inzwischen Professor in Konstanz und hat den Schwerpunkt auf die Erforschung der Siedlung der Sautörten gelegt. Die Siedlung der Sautörten ist ja eine Experimentalsiedlung, wo die Verwendung von unterschiedlichen Materialien eben auch eine wichtige Rolle spielt. Und somit wurde der Grundstein für das Bauforschungsarchiv gelegt. Und das ist eben so ein Schlackebeton-Hohlblockstein, die in der Siedlung Törten produziert worden und rechts unten Walter Gropius, der die Arbeiten auf der Baustelle an der Schlackebeton-Hohlblocksteinmaschine kontrolliert. Das Bauforschungsarchiv hat dann noch einen zweiten Entwicklungsschub bekommen, wieder durch ein Forschungsprojekt, was bei der Stiftung angesiedelt war und sich schwerpunktmäßig mit der Erforschung von Architekturoberflächen, insbesondere Fußböden zugewendet hat. Und damit gibt es also auch einen Schwerpunkt Fußböden im Archiv. Und hier als Beispiel ein Steinholzestrich aus der Siedlung der Sautörten, bei dem die Deckschicht rot pigmentiert ist. Das ist nicht immer so. Und ich denke, das sind hier ja auch Steinholzböden. Und dann auf dem rechten Bild sehen Sie eben auch einen Zweck, den dieses Bauforschungsarchiv hat, dass man die Materialien untersuchen kann, um dann auch geeignete Pflege- und Restaurierungsmethoden zu entwickeln. Und da rechts, da geht es eben um geeignete Methoden zur Risssanierung in dem Steinhalsestrich. Manchmal stehen Dinge aus dem Archiv auch für Rekonstruktionen zur Verfügung. Hier sehen wir ein Gebäude, links der bauzeitliche Zustand und rechts der Zustand vor der Sanierung des Gebäudes. Es ist ein besonderes, weil dieses Gebäude, Doppelreihe 35, in der Siedlung Törten in einem so guten Zustand innen erhalten ist, dass es heute museal genutzt wird, weil innen drin fast alles noch erhalten ist, einschließlich Metro-Klo. Und nur an der Fassade waren eben Änderungen vorgenommen. Deswegen hat man sich entschieden, da an der Fassade zu rekonstruieren und diese Glasbausteine, die hier eben nicht mehr vorhanden sind, nachzubauen. Mit Unterlagen aus dem Bauforschungsarchiv, seien es jetzt so Dokumente, seien es eben solche Glasbausteine aus anderen Objekten, konnte dann so eine Metallform entwickelt werden, mit der diese Glasbausteine nachgebaut und dann am Gebäude wieder eingebaut werden. Und in der Siedlung des Sautörten, das sind ja Privathäuser von privaten Eigentümern, können wir jetzt diese Metallform auch zur Verfügung stellen, wenn andere Bewohner auch wieder diese gläserne Eingangsbereich herstellen wollen. Das ist ja für den Flur dahinter sehr schön, weil dann eben auch Licht dort ist. Ja, ich glaube, das ist jetzt der letzte Aspekt. Es gibt auch einen künstlerischen Aspekt, unter dem die Materialien im Archiv betrachtet werden. Und das ist hier eine Arbeit von Fritz Thorstmann, der ist Mitarbeiter bei der Albers Foundation in den USA. Und Josef Albers hat im Vorkurs in der Vorlehre am Bauhaus unterrichtet. Und da ging es sehr viel eben auch um die Auseinandersetzung mit Materialien. Gar nicht unbedingt, was kann man daraus machen, sondern was haben die für Eigenschaften? Sind die rau, sind die glatt, sind die groß, sind die klein, sind die glänzend und so weiter. Und davon inspiriert hat Fritz Thorstmann dann eben diese Assemblage erstellt, wie es ist so eine Komposition aus den Materialien mit ihren besonderen Eigenschaften. Ja, das ist ein Blick in die Ausstellung, wo diese Assemblage ein Teil davon ist. Das ist im Bauhausgebäude zu sehen und zeigt eben auch Objekte aus dem Bauforschungsarchiv. Übrigens diese Ausstellungsgestaltung ist auch schon wieder ein Schweizer Architekturbüro gewesen. Das geht auf Holzer-Kobler Architekten zurück. Normalerweise werden die Objekte nicht irgendwo gezeigt, sondern sind im Depot aufbewahrt. Und zu allen diesen Objekten gibt es einen Datensatz, wo die knapp und kurz beschrieben sind, wo Hinweise sind auf weitere Materialien, Informationen, die es dazu gibt. Dann kriegen die alle so einen kleinen Anhänger mit den wichtigsten Informationen zur Orientierung und werden dann mehr oder weniger gut aufgereiht in dem Depot aufbewahrt. Ja, Laubenganghäuser, will ich jetzt zu den Häusern selber gar nichts sagen. Ich sage jetzt mal zu den Objekten, da wusste ich jetzt nicht ganz genau. Wir haben ja hier Objekte aus den Laubenganghäusern und nur damit Sie mal ein paar von den Objekten auch im Zusammenhang sehen, das ist die Eingangstüre. Und da gibt es auch eine besondere Geschichte dazu, weil es ist schon ganz kurz nach Eröffnung eine zweite Eingangstüre dazu gekommen. Aber das wird sicher Andreas Buss noch erzählen. Das ist die Zimmertüre, die wir hier sehen, die eben in diesen kleinen Räumen eingesetzt ist. Die Farbgebung, auch ganz interessant, so eine neutrale Farbgebung, die jetzt gerade Anfang diesen Jahres fertiggestellt wurde, aufgrund von Erkenntnissen aus diesem Forschungsprojekt zu den Laubenganghäusern. Die Heizung rechts sehen Sie mal so einen von den Heizkörpern, die wir ja hier im Raum auch haben. Und links den Brenner, den wir hier leider nicht zeigen können, weil der eben in dieser Museumswohnung in den Laubengangshäusern zu sehen ist und über den dann diese Heizkörper erhitzt werden. Ja, und der Odara-Türdrücker, der sich eben auch an der Türe befindet und einen zweiten haben Sie noch auf den Tischen liegen, der die Achse vom Türdrücker und vom Schloss miteinander vereinigt, sodass so eine ganz, ganz besondere, knappe Gestaltung von diesem Türdrücker entsteht. Und ich finde, das ist so ein gutes Beispiel dafür, wie man eben sich so mit Materialersparnis und knapper Gestaltung auseinandergesetzt hat. So, da bin ich schon beim Nächsten. Dann lasse ich das erst noch mal stehen. Und ja, das war so in aller Kürze ein kleiner Einblick in das Bauforschungsarchiv bei der Stiftung Bauhaus Dessau. Danke Ihnen. Ich habe meinen Vortrag tatsächlich ein wenig zweigeteilt. Es geht ja zunächst um Hannes Mayer als Figur, andererseits um die Laubenganghäuser als Werk. Die Laubenganghäuser sind kein Werk von Hannes Mayer in dem Sinne, dass er der Architekt der Laubenganghäuser ist. Es ist eigentlich vielmehr ein Kollektivwerk, weil man unter Mayer eben im Kollektiv gearbeitet hat. Aber sie sind natürlich unter seinem Direktorat entstanden. Ich möchte kurz auf die Biografie von Mayer eingehen. Sie ist sehr bewegt und lässt sich auch kaum in der Kürze der Zeit darstellen. Daher wenig zusammengefasst. Also Mayer ist 1889 geboren in Basel. Er ist der Spross einer Baumeisterfamilie. Er musste einen Teil seiner Kindheit im Waisenhaus verbringen und hat sich anschließend als Maurer, also hat eine Lehre begonnen als Maurer bei einem Baumeisterbetrieb. Und im Abendkursen an der Kunstgewerbeschule in Basel hat er dann Kurse, sogenannte Kurse für Baubeflissende besucht. Daran schließt sich dann eine Zeit in Berlin an wo er auf der Kunstgewerbeschule auch wiederum in Abendkursen sich fortbildet und anschließend beginnt, als Architekt zu arbeiten. Er ist dann von 1916 bis 1918 in Deutschland und begleitet verschiedene Anstellungen, unter anderem bei Georg von Metzendorf. Das ist ein Architekt, der die Krupp-Gartenstadt-Siedlung Margaretenhöhe gebaut, also entworfen und gebaut hat. Und Hannes Mayer kommt dadurch relativ früh in Kontakt mit dieser ganzen Gartenstadt-Bewegung. Es ist etwas, was ihn sehr interessiert. Er ist auch sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz in der Bodenreform und Genossenschaftsbewegung aktiv und hat Kontakte, sehr enge Kontakte zu ihren führenden Vertretern. Ja, und zurück in der Schweiz 1919 bis 1925 realisiert er dann das Freidorf in Basel. Das ist relativ bekannt. Das ist eine Gartenstadt-Siedlung als Vollgenossenschaft. Das heißt, man hatte bis hin zu einer eigenen Währung eigentlich alle Einrichtungen, die man im Grunde in einer Art Mini, der ein kleiner Staat im Staat sozusagen, brauchte. Das Ganze ist noch sehr im Reform, in diesem Reformstil verhaftet, ist mit landschaftlichen Elementen durchsetzt. Es hat Gärten, es hat keine volle Selbstversorgung, aber es gibt eben Gemüsegärten für die Bewohner. Und es zeigt jetzt eigentlich schon eine wichtige Richtung vor, denn Hannes Mayer beschäftigt sich zeitlebens eigentlich immer mit diesem Thema des Bauens für die Gemeinschaft. Und auch andere Ansätze von Mayer, zum Beispiel die Typisierung, kommen im Freidorf bereits vor. Freidorf wird recht bekannt, Mayer verfällt danach aber in so eine Phase, er beschreibt es, glaube ich, als Untätigkeit und er sucht nach neuen Möglichkeiten in der Architektur. Und es ist so, dass er sich dann dieser ABC-Gruppe anschließt, das ist eine Avantgarde-Gruppierung und tritt mit verschiedenen Publikationen so ins Rampenlicht, Ein sehr bekanntes Ding ist dieses Koop-Interieur, das ist dieses minimalistische Zimmer, das ist ein Statement quasi, um die bürgerliche Kultur ein wenig aufs Korn zu nehmen, nur mit Grammophon, Pritsche und einem Klappstuhl, der an der Wand hängt. Und zeitnah tut er sich mit Hans Witwer, seinem Kollegen aus Basel, seinem Büropartner, zusammen und gewinnt in Folge zwei Wettbewerbe. Das eine ist das Völker, also, sorry, er gewinnt sie nicht, er gewinnt Preise. Das eine ist der Völkerbundpalast in Genf, das ist ein dritter Preis, und das andere ist die Peterschule in Basel. Beides sind Projekte, die sehr stark vom Konstruktivismus inspiriert sind, dabei geht es aber weniger um diese formalen Aspekte des Konstruktivismus, sondern Mayer bemüht sich eigentlich immer sehr stark, aufgrund wissenschaftlicher Analysen, seine Entwürfe herzuleiten. Man sieht jetzt auch hier unten zum Beispiel das Belichtungsdiagramm. Er beschäftigt sich sehr stark mit den Gegebenheiten des Ortes, das heißt, der Sonnenstand ist immer extrem wichtig. Auch weitere Parameter wie Akustik, Einflüsse aus der Nutzung, das fließt alles in seine Entwürfe mit ein. Wir können es bei den Laubenganghäusern noch mal ein wenig vertiefen. Schließlich kommt Mayer, der natürlich durch diese Entwürfe, Wettbewerbsgewinne oder auch bekannt geworden ist, ans Bauhaus, er wird von Gropius ans Bauhaus berufen, als Meister, kommt 1927 ans Bauhaus, im Bauhaus gibt es bis dato noch keine Baulehre, das heißt, es können keine Architekten ausgebildet werden. Hannes Mayer ist dann dort der Begründer der Baulehre, und das Diagramm zeigt, wie das Bauhaus damals funktionierte. Es ist natürlich in sich selbst schon wie so eine konstruktivistische Darstellung angelegt. Erklär es vielleicht ganz kurz, es gibt ein lineares Curriculum, auf dem die Schüler sich bewegen, das Ganze startet mit dem Vorkurs, hier sind die Theorieeinheiten abgebildet, dann gibt es diese vier berühmten Werkstätten, das ist einmal die Weberei, ist die Reklame, dann, das ist der Ausbau, und die Bauabteilung, die jetzt schließlich als vierte dazugekommen ist. Das Ganze ist dann interessanterweise nach Kunst und Technik geordnet, und zwar finden sich jetzt oben, oben ist die Kunst, nämlich Herz, Kunst, Intuition, nach unten zeigt der Intellekt, Hirn und Wissenschaft. Und entsprechend sind oben natürlich die Künstler, das sind seine Künstlerkollegen am Bauhaus, und unten die Ingenieure. Man sieht auch jetzt schon, Meier ist eben kein Anhänger der Baukunst, der Baulehre, die eigentliche Bauabteilung, hat auch keine Verbindung zum Künstler. Unter Meier orientiert sich das Bauhaus neu. Das Bauhaus versucht, das hat Frau Markgraf gerade schon angedeutet, Anschluss zu finden an die produzierende Industrie. Das war natürlich auch unter Gropius schon der Fall. Man versucht es aber jetzt zu intensivieren, da sind die Tapeten ein Produkt. Es gibt aber auch eine ganze Serie neuer Möbel, ein Schlagwort von Meier ist natürlich dieser sogenannte Volksbedarf statt Luxusbedarf. Das ist ein Slogan, der offensichtlich erst nach Meier geprägt wurde, der aber sehr gut sein Wirken am Bauhaus beschreibt. Und das heißt, man versuchte, ich würde mal sagen, fast smarte Möbelentwürfe herzustellen. Das sind dann solche Klapptische, verlegbare Objekte, die sich eben verpacken und verschicken lassen. Es ist ein anderer Ansatz der Möbel, als wie diese klassischen Stahlrohrmöbel unter Marcel Breuer noch repräsentiert hatten. Auch die Themen der Ergonomie, Sie sehen hier diese Formen, spielen plötzlich eine Rolle. Und insgesamt sind die Materialien auch etwas einfacher. Man hat viel mehr Holz, weniger Stahl. Das ist jetzt ein Ausschnitt der Bauhaus Wanderschau. Die Wanderschau hat verschiedene Stationen durchgelaufen, unter anderem eben in Zürich und Basel. Das sind jetzt die Bilder aus Basel. Und sind dadurch eben recht bekannt geworden. Während seiner Zeit am Bauhaus, er wird ja dann 1928 zum Direktor, also schon relativ früh nach Gropius Rückzug, ist es so, dass er mit seinem Partner Hans Witwer und dem Bauhaus einen Wettbewerb gewinnt für die ADGB-Schule in Bernau bei Berlin. Die ADGB ist der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund. Die Schule ist jetzt zusammen mit den Laubenganghäusern in Dessau auch UNESCO-Welterbe geworden. Und sie repräsentiert auch sehr schön die Ansätze von Hannes Mayer. Man hat es vorhin bei der PETA-Schule schon gesehen. Es gibt häufig solche außenliegenden Erschließungselemente. Er arbeitet sehr stark mit der Landschaft. Also er verändert das Terrain eigentlich nicht. Der See ist auch natürlich dort. Er schaffelt die Gebäude in die Landschaft. Es gibt eine plastische Bewegung im Grundriss und auch im Aufriss. Das Ganze untermauert er immer mit wissenschaftlicher Untersuchung. Das heißt, hier sind zum Beispiel für die Wohnräume Sonnendiagramme. Auch die Möblierung wird immer mit gedacht. Es wird nie einfach als leerer Raum entworfen, sondern es wird immer berücksichtigt, was die Menschen in diesem Raum tun. Und dies ist eigentlich schon das letzte große Projekt, was unter Mayer am Bauhaus entsteht. Das Bauhaus hatte ja unter Gropius, wie ich schon sagte, eigentlich keine Bauabteilung. Infolgedessen wurden die Bauaufträge, die Frau Markgraf vorhin vorgestellt hat, im Büro Gropius entwickelt, durchgeführt. Und das änderte sich dann unter Mayer. Und ein sehr großes Projekt für die Bauabteilung des Bauhauses waren dann eben die Laubenganghäuser in Dessau-Törten. Wobei die Laubenganghäuser eigentlich nur einen Ausschnitt aus dem Ganzen darstellen, denn die Planung war noch wesentlich weitergehend. Ich werde jetzt aber trotzdem die Biografie nochmal fortsetzen, denn Mayer wird ja schon, das klang vorhin an, 1930 von seinem Posten als Direktor entfernt. Seine sozialistische Gesinnung war bekannt, sie war eigentlich immer bekannt. Man hat ihm dann eben kommunistische Umtriebe vorgeworfen. Es kam zum Konflikt und zum Machtkampf mit dem Bürgermeister von Dessau, der schließlich am längeren Hebel saß. Mayer ist dann sehr bald in die Sowjetunion gegangen, um dort am sozialistischen Aufbau mitzuhelfen. Man sieht ihn jetzt hier bereits in Moskau und er bleibt von 1930 bis 36 in Moskau, entkommt dann diesen stalinistischen Säuberungen nur knapp, anders als einige seiner Schüler, ist dann 36 in der Schweiz zurück. Er findet hier natürlich nur schwierig Anschluss und realisiert ein einziges Gebäude, das ist das Kinderheim in Mümliswil, auch gleichzeitig das letzte Gebäude von Hannes Mayer überhaupt. Er geht dann 1939 nach Mexiko, verbleibt dort für zehn Jahre, hat da verschiedene Posten im Städtebau als Berater. Es ist relativ wenig erforscht, aber kehrt dann wiederum nach zehn Jahren zurück, ist in der Schweiz, aber passt eigentlich nie mehr richtig fu. Hannes Mayer ist auch eine gewisser Weise eine tragische Figur, die so zwischen die Fronten geraten ist. Natürlich, der Kalte Krieg spielte eine Rolle, aber er war hier von vornherein als Kommunist abgestempelt und den Sowjets war er im Grunde genommen zu modern, zu bürgerlich, zu weltbürgerlich. Er verstirbt dann 1954 im Tessin, relativ vergessen und wird jetzt eigentlich erst im Laufe der Zeit wieder entdeckt, nachdem sein Werk auch von Gropius natürlich, der so diese Deutungshoheit über das Bauhaus ja selbst, sehr stark selbst geprägt hat, er hat ihn etwas zurückgedrängt, aber wird jetzt ein bisschen wieder hervorgeholt und auch die Leistungen von Hannes Mayer werden gewürdigt. Und aus dem entwickelt sich jetzt auch unser Forschungsprojekt, das wir in Kassel eben betreiben. Da ist natürlich federführend der Philipp Oswald, eben als ehemaliger Stiftungsdirektor der Bauhausstiftung, jetzt im Fachgebiet Architekturtheorie und wir arbeiten dabei zusammen mit Archäologen der Neuzeit, Restaurierungswissenschaftlern und Vermessungsingenieuren von verschiedenen Unis. Das Ganze zielt auf die Erforschung eben dieser Laubenganghäuser in Dessau-Törten ab. Dessau-Törten, man sieht es jetzt hier im Norden, war ja von Gropius gebaut worden, das ist eine Reihenhaussiedlung, die mit recht modernen Bauverfahren damals gebaut wurde, also man hat industrielle Verfahren angewendet, die Materialien wurden ja schon angesprochen von Frau Markgraf, da ist man sehr viele Experimente eingegangen und die Experimente waren auch nicht alle erfolgreich. Es gab eben relativ viele Bauschäden, das zieht sich glaube ich bis heute durch und auch die Bauqualität war doch in vielen Punkten eigentlich sehr mangelhaft. Dann 1929 bis 1930 die Erweiterung nach Süden, das ist das Projekt, das Projekt ist nur so in der Form dann nie umgesetzt worden. Das Projekt ist hier ist die Isometrie Bauhaus, der Bauabteilung, zeigt Hochbauten und Flachbauten, also diese roten sind die Laubenganghäuser als Hochbau und dazwischen erstrecken sich dann Flachbauten, das sind kleine Reihenhäuser, die mit den Laubenganghäusern zusammen eine Mischbebauung ergeben und diese Mischbebauung hat eigentlich zwei Bedeutungen, das eine ist der quasi eine soziale Durchmischung, denn im Laubenganghaus sind Minimalwohnungen für Arbeiter und Angestellte und im Reihenhaus wohnen etwas besser gestellte Angestellte oder Beamte mit dem eigenen Garten natürlich. Das zweite ist dann diese stadträumliche Fassung, also die Fassung der Straßenräume, die natürlich sehr viel akzentuierter geschehen kann, als wenn man Einfamilienhäuser überall ausbreitet. Das sind nochmal die Flachbauten. Tatsächlich kam dann nur das Laubenganghaus zur Realisation, die Flachbauten sind 1930 zwar fertig geplant gewesen, konnten aber eben infolge des Weggangs oder der Entlassung von Mayer nicht mehr ausgeführt werden und die Wirtschaftskrise schlug da natürlich auch voll zu. Die Laubenganghäuser sind ein genossenschaftliches Konstrukt, das heißt die Dessauer Bau- und Spar- und Baugenossenschaft ist Bauherr gewesen für fünf dieser Häuser. Sie sind dann 1929 in die Planung gegangen, 1930 beauftragt und innerhalb eines Jahres realisiert worden. Und diese Häuser funktionieren so, gibt das eigentliche Leute klar, das ist Nord-Süd gerichtet, natürlich im Sinne der Modernen, im Sinne der Wohnhygiene, Wohnen nach Süden, nach Norden, möglichst nur Erschließungen, dann ein großer Gartenbereich mit Pachtparzellen direkt am Gebäude, die Mieter pachten konnten, das waren keine Selbstversorgergärten, dafür reichten sie nicht aus, aber es waren immerhin schon rechtstaatliche Gärten, die man dann sich selbst bepflanzen konnte. Zu dem Ganzen gehört immer auch das Waschhaus, das hat zwei Waschräume mit Waschmaschinen drin, es gibt einen Kinderspielplatz hier mit Sandkasten, es gibt einen Trockenplatz und es sind all diese Elemente, die zum genossenschaftlichen Wohnen eben dazugehören. Hier nochmal der Grundriss und der Aufriss vom Laubenganghaus, sehen jetzt auch hier, natürlich ist es eine ganz einfache Geschichte, es gibt immer diese Schichten, also die Erschließung im Norden, dann gibt es im Inneren eine Nebenraumzone, da sind die Küchen und die Bäder drin und das Wohnen nach Süden jeweils immer auf drei Fensterachsen verteilt. Das sind sehr kleine Wohnungen natürlich, eben Wohnen für das Existenzminimum und die Wohnungen gab es dann eben in dreizimmriger Ausführung oder auch in zweizimmriger Ausführung. Das Bauhaus selber hat die Wohnungen für die Besichtigung in Dessau möbliert, das heißt drei Musterwohnungen waren eingerichtet, leider nicht sehr gut dokumentiert, wissen wir heute welche Möbel da drin gestanden haben, sehr schön, aber das ist jetzt alles ein wenig spekulativ. Die Möblierungspläne sind natürlich damals gezeichnet worden, aber nur als Grundriss, man weiß also de facto noch nicht ganz genau, was dann tatsächlich drin gewesen ist. Was aber ganz sicher ist, ist, dass die Bäder voll ausgestattet waren und dass auch die Küche voll ausgestattet war. War auch für eine Arbeiterwohnung der damaligen Zeit nicht unbedingt selbstverständlich. Die Bauten standen dann eben, weil diese Flachbauten dazwischen nicht kamen, relativ lange einsam auf der Flur enthörten. Es kam dann schließlich so, dass die ganze Siedlung erst unter den Nationalsozialisten fertiggestellt wurde, natürlich nicht im Sinne des Bauhauses. Allerdings haben die Nazis auch Aspekte dieser Siedlung, wie es vorgegeben war, übernommen. Also zum Beispiel die Eingeschossigkeit, aber es ist natürlich dann in einem völkischen Stil, also in traditionalistischer Art mit Satteldach und verschiedenen Holzverkleidungen oder verputzten Häusern ausgeführt worden. Ich bin froh, dass Frau Markkraft dieses Bild von heute gezeigt hat, weil ich habe eigentlich nur historische auf weil sich unser Projekt um das historische dreht. Die Häuser selber sind von der Konstruktion im Gegensatz zu den Gropius-Häusern sehr konventionell. Es sind gemauerte Bauten, Ziegelbau, Sichtmauerwerk, 38 cm, das war Standard im Wohnungsbau. Die Besonderheit ist tatsächlich die Sichtbarkeit des Mauerwerks, denn ich kenne jetzt nur ein Bauhaus Gebäude, das Arbeitsamt von Gropius, das auch Sichtmauerwerk hat, alles andere ist eigentlich verputzt und weiß nicht. Und Hannes Mayer hat mal diese Aussage gemacht, dass er eben den Baukörper als Akkumulator der Sonnenwärme versteht. Das eben auch als Argument für diese Sichtmauerwerks Bauweise. Und das die Laubengänge sind natürlich so dieses zentrale Gestaltungselement in der Nordseite, stellen auch in dieser Filigranität der Gitter, man sieht das hier auf dem Foto recht sehr schön, einen Kontrast zu diesem monolithischen Mauerwerk dar und sind gleichzeitig doch ganz etwas anderes als wie die Balkone hier, das ist das Bauhaus, das Prellerhaus, also das Studentenwohnheim vom Bauhaus, zitierte ja noch viel mehr diese Schiffsrelings Ästhetik, während das hier jetzt plötzlich mit industriellen Standardprodukten daherkommt. Das heißt, es ist ein Weltradgitter, das kennt man heute noch, das erscheint uns relativ banal, aber es ist natürlich im Sinne von Hannes Mayer ein sehr einfaches Standardprodukt, was sehr leicht zu verarbeiten ist und schlussendlich auch ästhetisch, dann doch sehr überzeugend rüberkommt. Oben sehen Sie, wie das hergestellt wird, sehr einfach, wie ein Gewebe aus Draht. Das ist die Südseite der Häuser, man sieht jetzt, dass die Fenster tatsächlich auf nur zwei Typen reduziert sind, es gibt einen Fenstertyp für das Zimmer und einen Fenstertyp für das Wohnzimmer, es ist klar, das Wohnzimmer ist das größere, die tiefere Brüstung, sodass man auch, ja, sodass auch Kinder herausschauen konnten, das ist in anderen Zimmern nicht möglich gewesen. Interessant ist, dass es unter den Laubenganghäusern einen Block gibt mit Holz, zwei, sorry, drei, Holzfensterblöcke und zwei Stahlfensterblöcke. Warum die Differenzierung gemacht worden ist, lässt sich im Nachhinein nur noch schwierig belegen, es könnte bauphysikalische Gründe gehabt haben, es könnten aber auch einfach die Kosten eine Rolle gespielt haben. Natürlich war damals schon bekannt, dass Stahlfenster auch Nachteile haben, also im Sinne der Zuglufterscheinung, sie waren undicht, sie waren, insgesamt wurden problematisch, aber das Argument war natürlich für das Stahlfenster der erhöhte Lichtdurchlass durch die filigranen Profile. Das ist natürlich im Gegensatz zum Hohlfenster schon etwa die Hälfte, was das ausgemacht hat. Ich sehe jetzt rechts im Bild nochmal das Wohnzimmerfenster, eine spätere Aufnahme aus den 50er Jahren. Ein weiteres sehr interessantes Bauelement und ich bin auch froh, dass wir es hier haben, ist die Tür inklusive der Türzarge. Es ist eine Stahlzarge, kommt uns heute ja nicht so besonders außergewöhnlich vor, ist es aber für die Zeit eben doch. Da gab es auch bei Gropius schon Stahlzargen, das hier ist aber noch eine etwas modernere Variante. aus Blech, also sie ist aus Blech, kalt umgeformt, ist auch sehr dünnwandig. Die Mauer ist nur ein Viertel steindig, das heißt sechs Zentimeter, hochkantstehend, gemauert. Da schließt dann diese Zarge an. Die Zarge versteift gleichzeitig diese Türöffnung, weil die Mauer wäre sonst viel zu instabil und es gibt eigentlich ein sehr schönes Detail, wo die Zarge eigentlich als Gestaltung, oder die Tür insgesamt als Gestaltungselement recht stark zurückgenommen ist. Man fällt fast gar nicht auf. Sie ist annähernd bündig in der Wand, man sieht es hier noch einen leichten Glanz, aber sie steht nur ganz wenige Millimeter vor dem Putz hervor. Zweiter Aspekt ist natürlich das glatte Türblatt. Das ist auch für uns heute völlig normal. Damals gab es eben noch gestemmte Holztüren, sind Rahmen Füllungskonstruktionen schreinermäßig gebaut gewesen. Hier hat man aber eben ein glattes Türblatt und das sind alles Details, die im Sinne der Bauhygiene damals ja sehr wichtig war, ausgeführt sind. Und das dritte Element ist dieser Drücker. Ich habe den ja auch, wir haben ihn da, das Odara Einheitsschloss, was wir vorhin auch sehr schön so zerlegt gesehen haben. Das sehr minimalistische Element, wo der Schlüssel hier in der Achse drinsteckt. dazu muss man sagen, das ist natürlich ein Produkt, was man auf dem Markt kaufen konnte. Es gilt für alle Produkte, die Sie hier sehen. Es ist kein individueller Entwurf von Hannes Mayer oder vom Bauhaus, sondern es sind marktkonforme Produkte gewesen. Das Einheitsschloss ist tatsächlich ein sehr seltenes Produkt. Also das Patent ist 29 angemeldet und die verschwinden aber irgendwie schon um 32 wieder vom Markt, dennoch kein weiteres Objekt aus der Moderne, das mit diesen Schlössern ausgestattet wäre. Das Ganze erinnert eben auch sehr stark an so eine Tür von einem Automobil, wo man den Schlüssel eben direkt einstecken kann. Es ist ein Teil eben auch unserer Arbeit, dass wir nach solchen Patenten forschen. Viele Bauelemente sind patentiert, das gilt natürlich nicht für alle, aber die Patente sind dann eben auch sehr aussagekräftige Quellen, wenn man die Forschung ernsthaft betreibt. Ich hatte vorhin angesprochen, die Bäder sind für den damaligen Stand sehr komfortabel ausgestattet gewesen. Es war überhaupt bemerkenswert, dass es ein Bad gab, denn ich denke, im ersten Teil von Törten sind gar kein richtiges Badezimmer in dem Sinn, da sind die Badefunktionen so ein bisschen verteilt auf die einzelnen Räume. Hier hat man eine Badewanne, man hat einen Waschtisch, man hat ein WC und man hat Warmwasser. Und dieses Warmwasser kommt aus einem Gerät, was wir auch in der Ausstellung haben, das kommt von Junkers. Junkers ist eine erfolgreiche Dessauer Firma, die war maßgeblich am Wirtschaftswachstum in Dessau in der Zwischenkriegszeit beteiligt und auch Junkers war auch Förderer des Bauhaus. Junkers ist natürlich hauptsächlich bekannt für die Flugzeuge, Tatsächlich war das erste Produkt von Junkers eben im Bereich dieser Gastechnik angesiedelt und aus dem hat sich dann auch dieser Warmwasser Bereiter entwickelt. Die gängige Alternative damals waren noch Kohleöfen, wo man vorheizen musste und lange warten, bis das Wasser rauskam. Das hier ist ein Durchlauferhitzer, mit dem man duschen und baden konnte, ohne dass man sich vorher das Wasser lange vorheizen musste. Hier nochmal dieser Stammbaum von Junkers sind die Gasgeräte, die eben jetzt auch für uns relevant sind. Jetzt hier in dem Fall da und das ist so wie so ein expandierendes Universum, auch die Flugzeugentwicklung. Es gibt so eine kleine Parallele zu dem Flugzeug. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, die Junkers Ju52 haben ja so eine Wellblech-Oberfläche, das ist typisch für Junkers und das hat dieser Gas-Wasser- Erhitzer, der zwar einen Kupfermantel hat, kein Aluminium, das hat der auch. Ein weiterer wichtiger Aspekt, der jetzt auch in der Ausstellung repräsentiert ist, ist die Heizung. Da möchte ich nochmal kurz auf die Funktionsweise eingehen. Wir hatten gerade die Bilder gesehen aus der Museumswohnung, die in Dessau ja so noch existiert. Der Heizkessel ist hier in dem Vorraum aufgestellt und versorgt dann über Leitungen die einzelnen Radiatoren. Die Besonderheit ist tatsächlich, dass dieser Heizkessel in der Wohnung stand, im Eingangsbereich, das heißt beim Feuermachen entwickelt sich ja Staub und Rauch und so weiter. war quasi diese Verschmutzung nur auf den Eingangsbereich beschränkt, während die anderen Räume sauber blieben. Ist auch wiederum ein bauhygienischer Grund gewesen, das so zu machen. Eine wirkliche Zentralheizung kam für so ein Haus nicht in Frage. Man hätte dann einen Heizer gebraucht, der im Keller einen zentralen Ofen befeuert hätte. Nochmal dieser historische Ofen, der gerade schon vorkam, auch die Sammlung der verschiedenen Radiatoren. Hier hängt noch einer an seinem Originalplatz und wir sammeln im Zuge des Forschungsprojekts natürlich auch viele Fotos, auch aus privaten Sammlungen, die dann Rückschlüsse auf die Ausstattung der Wohnungen geben. Hier sieht man zum Beispiel so ein wenig, das glänzt so, das ist so ein Silberlack und dieser Silberlack sorgt eben dafür, dass die Heizung die Wärme besser abstrahlen kann. Die Heizkörper selbst sind aus Einzelteilen zusammengesetzt und das Gleiche gilt auch für den Ofen. Wenn man sich fragt, warum der eigentlich so viele Rippen hat, liegt es daran, dass man diese Form nicht aus einem Stück gießt, sondern in Eisen. Man musste diese Elemente in Einzelteilen gießen, in Gliedern und sie dann anschließend miteinander verschrauben. Wenn man genau hinschaut, bei dem Heizkörper, der hinten ausgestellt ist, sieht man die Fugen, wo die aneinander gesetzt sind. Rauben befinden sich im Innern, das kann man nicht sehen. Ich möchte damit jetzt auch schon schließen. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, das klang vorhin ja auch schon an bei Frau Margraf, die Architektur besteht eben nicht nur aus Mauern, sondern eben auch aus technischen Elementen, die eben ganz maßgeblich zum Wohnkomfort beitragen und die auch ein ganz wesentlicher Aspekt der Moderne sind. Und das sind Elemente, die vielfach in der Vergangenheit von der Denkmalpflege und auch in der Kunstgeschichte vernachlässigt wurden. Ich bin deshalb auch froh, dass wir gemeinsam diese Ausstellung machen können, wo doch der Wert, also auch dieser Fokus auf diese doch sehr interessanten Objekte gelegt wird, die ja auch alle für sich genommen eine sehr interessante Geschichte erzählen, die so eng mit der Moderne verbunden ist. Vielen Dank. Danke Kunsthistoriker, ich habe auch keinen Forschungsauftrag, aber ich habe versucht, so gewisse Zusammenhänge, Gemeinsamkeiten mal aufzuzeigen. Hans Fischli, also hier, geboren natürlich in Zürich 1909 und dann gestorben 1989, macht bereits eine Bauzeichnerlehre, die er frühzeitig aber stoppt um nach Bessau zu ziehen. Das Zweite ist, wo ich dann nachher geschaut habe, da gibt es irgendeine Gemeinsamkeit mit Max Bill, mit dem er zusammen am Bauhaus war. 27, 28 machen sie mit zusammen an einem Kindergarten mit Max Bill, dann am Bauhaus, dann, da kommen wir wieder zu Hannes Mayer, da gibt es Tapeten. Hier, die Lehrer, die er hatte, die Meister, die er hatte, Josef Albers, Vassily Kandinsky, Paul Klee und Oskar Schlemmert. Dann kurz weiter, Itten, Steiger, Hubacher, Itten ein bisschen ausgeklammert, Steiger und Hubacherin Führer in Zürich und Itten und Steiger bauen in Montana das Sanatorium Bella Louis und 33 Atelierhaus Schleestrutt und dann natürlich Direktor Kunstgewerbe Schule Zürich und Museum. Ich zeige hier noch mal ganz kurz diesen Beitrag von Max Bill, mit Max Bill von Hans Fischli, Zürich Wiedigon 28, das ist auch noch interessant, man geht dann weiter, da ist der Max Bill, der war auch gleichzeitig oder fast gleichzeitig, also damals in am Bauhaus. Vielleicht tue ich auch dort einen Moment die Daten wieder mal zeigen, oder? Ja, ganz knapp verfehlt das gemeinsame Geburtstag, oder? Gut gestorben sind sie ein bisschen anders, ja, je nach Quellen 27, 28, 29 Bauhaus, Albert, Skandinsky, Clemen, Holin, und Schlemmer, wieder etwas anderes, Wettbewerb mit Hans Fischli und natürlich Gründer oder Mitbegründer und Direktor der HFG in Ulm. Ich zeige hier noch kurz, also ein Abriss von diesem Wettbewerb, der veranstaltet wurde, nicht Bahn und Viedigon, Entschuldigung, das ist Kindergarten Wiedigon, das kann man heute noch sehen, wunderbar restauriert, gewonnen natürlich von Keller Müller-Hoffmann, ein zweistufiges Wettbewerb, angefangen 27 und dann 28 terminiert, hier noch ein Beitrag von Arthur und Trisch oder hier weitere Beiträge, hier also sehr interessant, weil das ist eine weitere Figur, ich muss schnell nur die Namen also gut schreiben, Hans Neisse, das ist sein Beitrag, er wurde auch ausgezeichnet mit einem Ankauf und unten sieht man, sie hatten kein Glück, in der Jury war Otto Rudolf Salvisberg und fünf, vier Ränge und zwei Ankäufe, aber da waren die zwei nicht dabei, aber zumindest haben sie zusammen ein Wettbewerb gemacht. Hier zwei, drei Bilder oder Kindergartenbauers, das ist eine Publikation von Arthur Jörg und weil das ist für Amts noch Hochbauten ist das saniert worden, ein wunderbares, hier, ich habe mir erlaubt, dieses Buch aufzuschlagen und man sieht also das ganze Thema des, wie man von innen nach außen schaut. Kommen wir auf einer zweiten Spezialität oder vielleicht Gemeinsamkeit Bauchhaus, Wettbewerb Tapeten und der Hannes Mayer, Hans Fischli gewinnt, oder? Erfolgreiche Muster aus Studentenland, das habe ich aus dem Internet gefunden, Vergangenheit Muster und so, ich benutzte auch Gabeln, den Kamm, den Rasierapparat ohne Klingen, alles, was mit Zähnen bewaffnet ist und Lücken hatte. Ich nahm Papier, ich mischte Farbreie, ich drück sie auf und wartete die richtige Phase des Eintrockens ab und fuhr mit meiner Ecke über das feuchte Feld, zog kreuz und quer in Wellenbewegungen darüber. Das sind so ein bisschen die Schilderungen, wie er mit diesen Tapeten damals also einige Preise, also Preise ausgezeichnungen worden ist und interessanterweise damals ein grandioser Erfolg, damals den 19-jährigen Schweizer Bauzeichner, Bauzeichner, nicht ganz Bauzeichner, Hans Fischli der Akademie und das ist also ein Thema und das sind Peten, das ist meine Sammlung aus dem Bauhaus Tapeten aus den 2000er-Jahren oder hier mit dem Gropius und hier sieht man also man kann diese Tapeten heute immer noch glaube ich erwerben oder ah da kommt etwas anderes das ist ganz lustig also wenn man weiter forscht dann findet man ja natürlich eine Freundin vor dem Hans Fischli oder er war auch interessanterweise glaube ich viermal verheiratet aber das ist auch interessant er studierend am Bauhaus Margaret Camilla Leiteritz zusammen mit Hans Fischli gewann Leiteritz am Bauhaus den Wettbewerb für die Bauhaus-Tapete aus dem die noch heute produzierte Bauhaus-Kollektion der Tapetenfabrik Brüderasch-Branche hervorging hier ein Foto natürlich von der Camilla Margaret Camilla 31 hier noch ein bisschen eine Biografie Sie können das lesen ich muss glaube ich ein bisschen schneller gehen aber trotzdem so einige Illustrationen von ihr wo sie gemacht hat ich zeige es deswegen oder weil es ist interessant also so gewisse Gemeinsamkeiten nachher in der Art oder mit Hans Fischli jetzt kommen wir natürlich hier zum sogenannten Montana-Zyklus oder Hans Fischli kehrt zurück ja muss wieder schaffen geht natürlich bei Hubacher Steiger und die schicken ihn nach Gran Montana wunderbare Berge und so weiter dort ein bisschen bauleitend an diesem Sanatorium Bellevue zu arbeiten oder und in dieser Zeit entsteht dieses Montana-Zyklus oder das sind die Zeichnungen Montana 1930 oder von Hans Fischli erinnern Sie sich die Striche also von der Camilla also von vorher es hat so eine gewisse Ähnlichkeit vielleicht oder oder besonders hier deswegen habe ich die Bilder mal zusammen getan nur ein bisschen zu zeigen also wo es gewisse Parallelen geben könnte Etensteiger Hubacher Montana Bella Louis ein Sanatorium später Hotel und heute Jugendherberge oder hier einige Abbildungen aus der Publikation im Werk oder und auch damals noch in der Schweizerischen Bauzeichnung oder ein wunderschönes Objekt oder wo immer noch besteht in dieser traumhaften Situation von diesem Gran Montana das ist so eine Stadt in den Bergen die aber völlig als Retortenstadt also für Wintersport für Sanatorien entstanden ist oder hier einige Bilder aus der Zeit ich entschuldige mich die sind nicht so ganz scharf weil das ist ein PDF ich wusste nicht ob man mit Apple arbeitet oder nicht aber es ist so hier ein Foto den ich gemacht habe also eben weil ich bin fast in Gran Montana geboren und in der Zeit habe ich das immer wieder angeschaut das sind die wunderschönen Schiebefenster aus Stahl aus diesem Sanatorium Bella Louis die leider als solche nicht mehr vorhanden sind ich zeige es wegen oder weil da kommen wir wieder zu dieser Mechanik zu Stahl und so gewisse Gemeinsamkeiten vielleicht das sind Fotos ich war glaube ich sieben Jahre lang sogenannter Bundesexperte für das Sanatorium Bella Louis wegen der Sanierung mit der Fassadensanierung und zuletzt nur ganz kurz also in der Phase wo es dann als praktisch Jugendherberge umgebaut worden ist das ein Zustand von damals und das ist natürlich ein Zustand also wie es dann restauriert worden ist oder unter Beibehaltung also sämtlicher Teile also es ist fast nichts ausgewechselt worden inklusive die Liegen oder die Möbel also die dort auf diesen Terrassen in diesem Sanatorium die Sonne also einfangen also für die Leute dort die Ruhe und Erholung suchen oder hier nochmals ein paar Fotos ich mache jetzt ein Teil hier natürlich bei Zerfahnen und jetzt kommen also so ein paar interessante Aspekte Terrassen natürlich oder das ist auch ganz wichtig das ist die Terrasse in der anderen Richtung oder hier wie sie heute natürlich als Jugendherberge auch dankend sind natürlich die Embrun Alfred Alther liegen auch noch dabei die berühmte Alther Liege Embrun Möbel also ich muss sagen wenn sie Zeit haben bitte gehen sie da in der Jugendherberge natürlich da kann man auch normale Person gehen und das ist die fantastische Landschaft mit diesen Terrassenlandschaften die dort sind und hier dieser Haupteingang Kramontana Schweizer Jugendherbergen oder und das ist etwas wo ich ein bisschen initiiert habe damals mit einem Kurs haben wir ein Inventar aller Bauten oder von Kramontana gemacht man muss immer wieder so ein paar Striche machen ja das gibt es nicht mehr das gibt es nicht mehr das gibt es nicht mehr aber zumindest ja ein Inventar ist erstellt worden und hier das Sanatorium Bella Louis ich zeige es auch deswegen oder wegen dieser dieses Bild oder das ist diese Art mit Terrassen zu arbeiten oder wo ein wichtiges Thema war in dieser Moderne oder natürlich die Ausrichtung gegen Westen Süden Westen oder das ist eine unwahrscheinliche Ausrichtung dieser Hochebene kommen wir nun zum Atelierhaus Schlesstuhl Meilen 33 er kommt zurück der Vater kauft ein Stück in der Au oben auberhalb also von Meilen und da wird ein Haus gebaut natürlich auch in einer Art Vorfertigungsmethode das ist ein Holzhaus mit Stahl Gerüst oder ich gehe nicht weiter dort ich tue jetzt eher einen Spaziergang machen also in diesem Haus aber trotzdem ein paar Teile aus dem Auszug also der kantonalen Denkmalpflege des Inventars hier sieht man da ist die Schlesstuhl heute mitten in der sogenannten Beihaltezone damals noch nicht so ganz das sind Bauernhöfe also hier rundherum und mit einer unglaublichen Aussicht die ich ihnen nachher nicht vorenthalte und hier noch die Grundrisse ah da sieht man wieder so Terrassen also wunderbar eine Treppe die rauf geht oder das ist das Erdgeschoss das erste Obergeschoss und oben das Atelier des Meisters oder so hat es ausgesehen wie ein kleines Schiffchen oder damals oder Holz horizontal verlegt eine Lerche aber das Holz war nicht behandelt aber natürlich es ist praktisch fast ein Pultdach oder wenn man die Schnitte sieht und so also mit Auskragungen das hätte man bemängelt an die sogenannten modernen Gebäude mit einer sehr interessanten Interpretation natürlich auch des Geländers oder das haben wir vorhin auch gesehen und das die Stirnfassade in der frühen Form oder und das die hintere Fassade dieses Schiffes also wie es in der frühen Form dastand also wirklich ein Wunderwerk also das ist die Ebene die Wohnebene hier unten hat es auch Räume gehabt die Heizung ist hier untergebracht und hier das Atelier mit der Terrasse ungefähr eins zu eins die Fläche von Atelier und Terrasse oder jetzt sieht man hier hier ein Embro Gartenstuhl mit Polsterung hier ja jemand immer noch man sieht hier hat es noch eine offene Veranda hier das Büro also Hans Fischli in seinem Büro oder wie das dort damals gewesen ist es hat aber bereits also von ihm zwischen 50er 70er und 80er Jahre hat er immer wieder etwas geändert so hat er zum Beispiel diese Veranda geschlossen oder hier das ist dann wieder wie ein Eingangskorridor geworden und das ist der Teil zur Terrasse gewesen oder dann hat er natürlich irgendwann mal das ist 1980 also das ganze Haus in Weiß angestrichen oder und hier natürlich sein Skulpturenpark also vor Ort vor dieser Fassade oder und hier natürlich das Gebäude strahlend in Weiß das ist ein Besuch von 1982 also vom Autor eines Buches es gibt zwei Bücher die das sehr gut als solches dokumentieren ich selber durfte das Haus 1978 also zusammen also mit Urlitz Binden wo er Assistent war an der ETH durfte ich besichtigen mit dem Hans Fischli noch im Haus selber drin und gut hier haben wir etwas nachgestellt mit Freunden haben wir uns erlaubt eine alte Delage mal aufzunehmen oder damit man dieses korbüsische Effekt vom alten Auto zum modernen Haus trotzdem immer wieder noch sieht das ist immer so eine schöne Darstellung und hier der Zugang jetzt gehe ich ein bisschen herum oder weil ich zeige hier das was sogenanntes ich nenne das oder das ist dieses kleine Büchlein das befreite Wohnen wo von Sittfried Gideon oder Licht Luft Öffnung und ich zeige jetzt wie sich das entwickelt also ich steige diese Treppe rauf dann komme ich rauf öffne die Türe und sehe zur Terrasse und einer unwahrscheinlichen schönen Blutbuche die damals also auch gepflanzt worden ist hier sind wir in diesem kleinen Korridor dieser Korridor geht dann Richtung dem Bereich also wo das Wohnzimmer und Esszimmer ist es ist umgebaut worden es ist nicht mehr ein Ateliershaus das hat mit ganz wenigen Veränderungen also Frank Glor auch ein wichtiger Architekt von Zürich erinnert sich an sehr viele Bauten in Basel und Zürich Theaterbauten von ihm und das ist jetzt die Wohnung wie ich sie heute erleben darf weil natürlich jetzt habe ich die Gelegenheit in diesem Atelier zu wohnen oder und das ist die Terrasse gerade also vor kurzem fotografiert also wie das Haus jetzt heute steht das sind so ein paar Blicke oder man sieht also unwahrscheinliche Stimmungen also man glaubt sich wie auf einem Segelschiff und jeden Tag erlebt man die Natur anders also man ist wirklich in einer ich sage der paradiesischen Welt ganz hinten kann man da die Jungfrau eines Tages sehen oder je nachdem wie die Wetterlage ist oder oder zum Beispiel also wenn ja Mond speziell ja aufsteigt das Wunderschöne ist auch eben mit diesem Geländer das Foto habe ich auch mit dem Geländer gemacht um zu zeigen wie dieses Geländer also gemacht worden ist das ist ja mein sogenanntes kleines Arbeitsbereich Richtung Hang und das ist die Sicht Richtung vorne und See also es hat eine unheimliche Aussicht das ist wiederum das Wohnzimmer von innen gegen aussen fotografiert ich komme hier auf das ganze Thema der Schiebefenster ein wichtiges Element der Moderne das sind einfach verglaste nicht also muss ich ganz klar sagen keine Spiegelkristallgläser sondern das sind maschinengezogene Gläser einfache Verglasung aber man kann sehr gut ich habe aus meiner kleinen Sammlung mir erlaubt auch so einen Gartenstuhl also hier von Werner Moser mitzunehmen der kann dann in der Sommerzeit draussen stehen hier mein Fernseher Entschuldigung also dort essen wir an diesem Tisch und das ist unser Fernseher viel mehr braucht es nicht also weil man hat also die ganze Stimmung dort in dieser Zeit und das ist jetzt die andere Stimmung oder Sie sehen da kommt Licht von oben und hinten sieht man also dieses Bauernhaus oder dieses erweiterte Bauernhaus mit Stall oder da sehe ich nicht direkt draussen also ja nur vom Weiten kann ich draussen sehen und ich begleite die Wand gegen außen oder natürlich die Sicht oder absolut gegen Westen oder das ist also fast ja fast Westen Norden bald irgendwann mal und das ist also vom Schlafzimmer und vom Schlafzimmer auch ganz wichtig vom Bett das ist genau die Höhe vom Bett wo man die Blutbuche Entschuldigung plus See sehen kann ich habe versucht jetzt diese Gemeinsamkeiten ein bisschen zusammenzufassen weil das ist scheint mir wichtig oder geboren 1909 in Zürich geboren 1918 oder Max Bidl und hier interessanterweise also Johannes Itten oder das sind die Meister oder am Bauhaus 88 Hannes Mayer 89 also es hat immer wieder so Zufälligkeiten die manchmal lustig sind die anderen werden dann Direktoren auch hier Direktor auch und die waren dann Direktoren oder zur Zeit einmal an einem Ort einmal am anderen Ort ja mit diesem Bild danke ich Ihnen wir durften von 98 bis 2005 ungefähr das Bauhaus mit restaurieren das war eine wunderbare Zeit mit der wir Frau Margraf immer wieder angenehme Diskussionen gehabt haben danke vielmals ganz ganz herzlichen Dank an Ruggiero Tropeano Andreas Bus und Monika Margraf für diese wunderbaren Vorträge jetzt bleiben noch zwei Sachen zu tun einerseits die Ausstellung selber zu entdecken und zweitens mit uns anzustoßen vielleicht sind ja auch die Referenten noch etwas hier ich denke schon da können Sie vielleicht auch noch die eine oder andere Frage direkt an Sie richten ich wünsche einen ganz schönen Abend miteinander und hoffe Sie bald mal wieder hier begrüssen zu dürfen machen Sie es gut danke danke